Mario Kart 8 Offline LP, weil ich dachte mir, ja, die Cups, die kennen wir zwar alle schon, denn das hier ist ja nur ein Remaster der Wii U Version, das im Jahre 2014 erschien und der Konsole nochmal einen ordentlichen Boost geben konnte, sie aber letztlich leider auch nicht vor dem Scheitern retten konnte. Ja, ich hab mir halt gedacht, damals gab es auf YouTube noch nicht die 60 FPS und das hat alles nicht so die Qualität, wie es sie haben sollte, daher wird es wieder ein Offline LP geben und dann später wenn das Spiel draußen ist oder vielleicht auch schon kurz davor. Ein Online LP, das auf verschiedenste Art ablaufen wird, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist 150 CCM spielen und 200er CCM. Ich weiß gar nicht, ob ich den auf der Wii U überhaupt Let's Played habe, offline. Wie dem auch sei, hier in dieser ultimativen Version von Mario Kart 8 wird es auf jeden Fall gemacht. Warum ultimativ? Nun, man hat sich das Originalspiel von der Wii U angeguckt und so ziemlich alles, was da schief lief, was übrigens nicht viel war, ausgebessert. Denn Mario Kart 8 war an sich schon, meiner Meinung nach, das beste Mario Kart aller Zeiten und ich denke, man kann das sogar objektiv sagen, weil Mario Kart 8 hatte wirklich ziemlich viel und eben auch ziemlich viel richtig gemacht. Aber eine Sache ging komplett schief und zwar der Battle Mode. Den haben sie jetzt aber komplett ausgebessert, das zeige ich euch dann aber in einem anderen Video. Ich denke sogar online, aber ja, werden wir mal schauen. Jedenfalls, es sind von Anfang an alle Spieler verfügbar, alle Charaktere bis auf einer. Den muss man freischalten und zwar, Vorsicht Spoiler, Gold Mario. Ich glaube, den bekommt man, wenn man im 200 CCM überall den ersten Platz gemacht hat. Werden wir also gemeinsam schaffen. Und ansonsten sind alle Charaktere von Anfang an verfügbar auch komplett neue, wie zum Beispiel das Inkling Mädchen oder der Inkling Junge. Dann haben wir noch Bowser Junior. Fällt gar nicht so wirklich auf, ist aber auch neu. Und Knochentrocken ist am Start. Den gab es ebenfalls nicht im Original. Und dann hätten wir da noch abschließend König Boohoo, mit dem wir heute beginnen wollen. Mit seinem ganz normalen Standard-Card. Ich gucke kurz, ob die ganzen Card-Teile freigeschaltet sind. Nein, das sind sie nicht. Die muss man tatsächlich freispielen. Es geht also wieder ans Münzen sammeln. Hier kann man sich durch Drücken von Plus immer die Stats anzeigen lassen. Und was jetzt da neu ist, ihr seht es vielleicht schon, sind diese drei Icons darunter. Da haben wir nämlich einmal die Schlausteuerung, die ich natürlich ausstelle und das empfehle ich auch jedem, der irgendeine Ahnung von Mario Kart oder generell von Videospielen hat. Denn diese Schlausteuerung, die ist wirklich nur für Anfänger. Sie verhindert, dass ihr runterfällt. Ja, und das sollte man halt schon ausstellen, um die volle Experience zu haben. Ich meine, das gehört auch dazu, ein bisschen zu failen und irgendwo runter zu stürzen. Nicht wahr? Gerade aber im 200er CCM kann dieser Modus durchaus helfen, um mit der Steuerung und der Geschwindigkeit klar zu kommen. In allen anderen Kubikklassen würde ich es allerdings ausschalten. Dann, durch Drücken von Y könnt ihr die Bewegungssteuerung ein- und ausschalten. Und das, was ihr mit R aktivieren könnt, ist ganz, ganz kurios. Da weiß ich auch noch nicht wirklich, was das genau bringt, aber da gebt ihr automatisch Gas. Wenn ihr also vergessen haben solltet, A zu drücken, dann aktiviert das. Ich werde es für das Let's Play aber natürlich komplett ausstellen. Und wir legen los mit dem Pilzkarp. Und dem ersten Racing Track. Dem Mario Kart Stadion. In 1080p mit 60 Frames. Die Wii U-Version lief ja noch in 720p mit 59 FPS. Ja, da gab es so einen kleinen Glitch, der irgendwie verursacht hatte, dass man jede Sekunde einen Frame verloren hat. Ganz, ganz kurios. Wusste ich auch lange Zeit gar nicht. Hat mich demnach auch nie gestört. Aber es soll ja Menschen geben, die auf sowas sehr, sehr allergisch reagieren. Auch mir ist die Framerate natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist ja mitunter auch der größte Grund, warum wir dieses Offline-LP hier überhaupt machen. Ja, weil es ja... Oh nein! Weil es ja leider... Zur Zeit, als Mario Kart 8 rauskam auf der Wii U, keine 60 FPS-Unterstützung auf YouTube gab. Und ich merke schon, dass es hier ordentlich abgeht, Alter. Also, ich habe das Gefühl, Mario Kart 8 Deluxe ist jetzt deutlich schwieriger als die Original-Edition. Das ist ja abnormal. Da kommt eine Blue Shell, da kommen Red Shells, da kommt ein Buhu. Wow! Ganz schön heftig. Buhu mitunter übrigens ein neues Item. Also, auch in der Hinsicht haben die Entwickler was getan. Gab es auf der Wii U nicht. Ein weiteres neues Item ist die Feder, mit der man besonders hoch springen kann. Wobei die tatsächlich nicht komplett neu ist. Die gab es schon mal im allerersten Mario Kart für das SNES. Und eine weitere Rückholaktion gab es bei den Item-Kästen. Ihr habt es mit Sicherheit schon gehört und gesehen. Hier, die Doppel-Item-Kisten sind wieder da. Gab es ja in Mario Kart Double Dash für den Nintendo Gamecube schon mal. Und ja, ich wage mal zu behaupten, diese Doppel-Items verändern Mario Kart 8 gravierend. Weil jetzt muss noch mehr taktiert werden. Es kommt noch mehr auf Glück an. Ja, du brauchst die richtigen Items und du bist absolut nirgendwo sicher. Ist man ja generell nie in Mario Kart. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass man auf den ersten Plätzen mehr Ruhe hatte als auf den hinteren. Besonders in Mario Kart 8. Das ist jetzt nicht mehr so, wenn man sich dieses Rennen so anschaut. Wir wurden zwar trotzdem Erster, weil die CPUs nach wie vor nichts können. Aber holy shit, da ist ganz schön was auf mich eingeprasselt. Und dazu würde mich auch gleich mal eure Meinung interessieren. Findet ihr es jetzt gut? Ob das es zwei tragbare Items gibt, so wie in fast jedem Mario Kart die Pickens oder nicht. Wobei ich da ergänzen muss, Doppel-Items in dem Sinne gab es ja wirklich nur in Mario Kart Double Dash. Aber man hatte halt in allen anderen Mario Karts die Möglichkeit, so, das Item an seinen Kart hinten dran zu schnallen. Und dann war die Itembox wieder leer. Und du konntest quasi, während du das Item hinten dran hattest, ein weiteres ziehen. Geht das jetzt auch? Ja. Okay. Also es ist quasi wieder wie früher. Und ich glaube, Nintendo hat das gemacht, weil es, ja, gerade von den Competitive-Spielern ziemlich viel Kritik dafür gab, dass man da noch ein Item tragen konnte. Ich persönlich fand es eigentlich ganz gut, weil ich halt fand, dass trotz allem dadurch das Spielgeschehen ein bisschen fairer wurde. Ich weiß, das sehen jetzt viele anders, aber ist halt meine Meinung. Und, ähm, ja, man konnte ein bisschen besser taktieren. Außer natürlich, wenn so eine Blue-Shell kommt. Dann kannst du nichts machen. Außer du hast die Hupe, die natürlich extra dazu entworfen wurde, um die Blue-Shell abzuwehren. Aber, naja, wann kriegt man schon die Hupe im richtigen Moment, ne? Ein Blitz schlägt auch noch dazu ein. Ja, tolle Kombination. Also mir kommt es so vor, als wäre es jetzt wieder etwas furioser. Ja. Wenn ich das so jetzt mit der Wii U-Version vergleiche, ganz so viel ist da damals nicht auf den ersten Platz eingeprasselt. Aber okay. Wenn das jetzt wieder schön, ähm, für einen Ausgleich sorgt, warum nicht? Denn, wie gesagt, es kam mir immer so vor, dass man vorne etwas mehr Ruhe hatte als hinten. Und, alter! Wenn es jetzt mehr ausgeglichen ist, dann why not? Allerdings werde ich ziemlich häufig von den roten Panzern getroffen, obwohl ich Schutzmechanismen angebracht habe. Und jetzt kommt ja auch noch die zweite Blue-Shell im zweiten Rennen. Nein, die dritte insgesamt. Also das ist dann doch ein bisschen zu viel, meines Erachtens nach. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur Pech. Die nächste rote kommt angeschossen. Ja, also wenn das so weitergeht, dann wird das online ein Spaß. Für euch, für mich eher weniger. Also, krass. Der Glücksfaktor wird also auch wieder etwas in den Vordergrund gerückt. Zumindest, wenn man sich diese beiden Rennen jetzt mal anschaut und sie analysiert. Oh, 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 oh. Oh, na, ich weiß nicht, ob das so gut ist mit den Doppel-Items. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommis. Klar, ich würde schon auch sagen, je mehr Items, desto mehr Spaß. Aber ich war jetzt mit Mario Kart 8 für die Wii U eigentlich ganz zufrieden. Das ist das Einzige, was ich damit sagen möchte. Und übrigens, ihr habt es vielleicht schon im Cup-Auswahl-Bildschirm gesehen. Nicht nur alle Charaktere sind von Anfang an verfügbar, sondern auch alle Cups. Selbst die DLC-Strecken, die man sich auf der Wii U noch kaufen musste, die sind von Anfang an verfügbar. Ja, die vier Cups aus dem Zelda-Package und dem Animal Crossing-Package. Die haben ja die Original-Version in 16 Strecken erweitert. Unter anderem auch deshalb kann man sagen, dass Mario Kart 8, insbesondere Mario Kart 8 Deluxe, die ultimative Mario Kart-Erfahrung bietet. Kein anderes Mario Kart besitzt so viele Strecken und kein anderes Mario Kart sieht so gut aus. Außerdem finde ich auch das Fahrgefühl relativ gut. Also ich war, wie gesagt, mit Mario Kart 8 eigentlich immer mega zufrieden. Für mich ist es vielleicht sogar das beste Wii U-Spiel. Geht ihr damit? Oder widersprecht ihr mir? Auch dazu gerne eure Kommis raushauen. Jo, aber neben Auflösung gibt es jetzt auch eine weitere Verbesserung und zwar das HD-Rumble. Bei jeder Münze, die ich einsammle, spüre ich das in meinem Pro-Controller und da kommt jetzt auch schon, ja, eine Blue-Shade angeschossen. Also da habe ich wirklich den Eindruck, dass da die Rate erhöht wurde. Leider. Ich brauche es ja nicht, aber okay. Online ist das dann vielleicht auch wieder ein bisschen was anderes. Da müssen wir mal schauen, wie es da läuft. Oh, schön mit der Bombe, die Red Shell zerstört. Wie gesagt, HD-Vibration wird von dem Spiel hier unterstützt. Bei jeder Münze, die ich einsammle, spüre ich es. Oder wenn man irgendwo dagegen fährt oder getroffen wird, spürt man es auch. Das ist ziemlich cool. Bei den Joy-Cons dürfte... Oh nein! Bei den Joy-Cons dürfte das Ganze noch ein bisschen heftiger sein. Ich spiele, wie gesagt, mit dem Pro-Controller und versuche mich hier jetzt noch irgendwie ins Ziel zu retten. By the way, am Tablet, also im portablen Modus, lässt sich das Spiel natürlich... nur noch in Anführungsstrichen in 720p spielen. Ich sage es immer wieder dazu, auch wenn es klar sein sollte, dass das Tablet ohnehin nur 720p schafft. Aber es läuft stabil mit 720 und 60 FPS. Also auch im Handheld-Mode habt ihr eine richtig tolle Mario-Card-Erfahrung. Da gibt es überhaupt keine Einbußen. Und gerade der lokale Multiplayer ist richtig geil. Mit bis zu acht Spielern kann man halt zocken, wenn jeder seine Switch mitnimmt. Das ist schon ein Dufte! Und wenn die anderen keine Switch besitzen oder noch nicht, dann kann man natürlich auch am Fernseher gemeinsam spielen. Bis zu vier Spieler können Mario-Card 8 zocken. Allerdings ab drei Spielern läuft das Game dann nur noch in 1080p und 30 Frames. Ja, also vier Spieler, 60 FPS und 1080p-Auflösung schafft die Switch leider nicht. Das ist vielleicht so ein kleines Manko dieser Deluxe-Edition. Also hätte ich zumindest gefeiert. Aber es gibt ja den Online-Modus, der zwar ab Herbst kostenpflichtig wird, aber trotzdem, damit sollte das Problem ja gelöst sein. Und mal ehrlich, ich gehe mal davon aus, Freunde, die sich für Mario-Card interessieren, die besitzen sowieso eine Switch und dann zockt man halt im lokalen Modus. Ne? Why not? Okay. Würde mich, by the way, interessieren, ob das möglich ist. Ähm, einer spielt am Fernseher und der andere halt ganz normal an seinem eigenen Tablet. Also zwei Konsolen, aber einer am Fernseher und einer am Tablet. Geht dann der Lokale... Ach doch, 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 stimmt. Kann ich sogar schon bestätigen. Das habe ich ja auf dem Frankfurt-Event sogar so gemacht bei Nintendo. Ich habe ja schon ein Preview zu Mark hat, acht Deluxe rausgehauen vor ein paar Wochen, zwei oder so. Und dann haben wir das so gemacht, fällt mir gerade ein. Stimmt, stimmt, stimmt. Das geht. Yay. Sollte dann auch bei jedem Spiel möglich sein. Einer halt am Fernseher und die anderen sieben am Tablet. Oder eben alle am Fernseher, je nachdem. Da ist man sehr variabel. Was den Battle-Modus angeht, der ja komplett überarbeitet wurde, was sehr zu befürworten ist, da der Battle-Modus wirklich das einzig Schlechte an Mario Kart 8 für Wii U war, ähm, da kann ich sagen, dass es acht neue Battle-Arenen gibt. Also ihr müsst nicht mehr auf den Strecken kämpfen, was eine schrecklich furchtbare Idee von Nintendo damals war. Jetzt ist es wie früher. Es gibt eigene Stages. Und es gibt richtige Battle-Modes. Fünf an der Zahl. Ballonbargerei, Insignendiebstahl, Räuber und Gendarm, Munzensammler und Bob-Ompwurf. Also auch hier die ultimative Battle-Modus-Erfahrung. So viel auf einmal ist da auch noch nicht auf einen eingeprasselt. Dieses Mario Kart ist wirklich ein Best-of von allen Mario Karts. Was ich allerdings trotzdem kritisieren möchte, ist, es gibt keine neuen Racing-Tracks. Ich bin der Meinung, es hätte Nintendo jetzt keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie noch ein oder zwei Cups hinten dran gehängt hätten. Zu den DLC-Strecken. Weil das Ding ist halt, Wii U-Käufer kriegen nicht so viel Neues geboten. Also sie müssen es sich wirklich dreimal überlegen, ob sie hier zuschlagen, ob sich das lohnt. Da kann ich euch auch nicht helfen. Also ich kann euch nur die Fakten nennen und entscheiden müsst ihr dann, ob ihr Bock habt oder nicht. Aber eins ist klar, Mario Kart 8, der Lachs spielt sich richtig geil. Und auch die Ladezeiten wurden verbessert. Ich schneide sie zwar trotzdem raus, aber man spart sich so ungefähr sechs Sekunden im Vergleich zur Wii U-Version. Das ist schon nicht verkehrt, oder? Außerdem gibt es Amiibo-Unterstützung und zwar auch neue Amiibo-Unterstützung. Ihr könnt ja so Helme freischalten mit den Amiibo. Und zu den Bekannten, yes, drei Sterne, geil. Zu den Bekannten gibt es jetzt noch Support zu Gold-Mario-Amiibo. Und auch alle Splatoon- und Animal Crossing-Amiibo werden unterstützt. Was man damit freischaltet, werden wir dann in Kürze sehen. Ich bedanke mich fürs Zugucken, würde mich über einen Like freuen. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock, die anderen Cups und das Online-Let's Play mit mir gemeinsam zu durchleben. Bis zur nächsten Folge Mario Kart Deluxe hier auf der Nintendo Switch. Das war Dumbtendo und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.